Ja, ich darf das ja filmen. Du hast jetzt selber das Brot geschmiert. Das ist jetzt das erste Mal seit vielen Jahren, dass du dir selber ein Brot geschmiert hast. Ja, weiß ich nicht mehr. Und jetzt willst du das Brot jetzt ganz essen oder machst du dir Schnittchen? Super süß. Ja, Süßstoff. Wolltest du eigentlich nicht mehr so? Willst du nochmal? Nee, ich habe genug. Willst du noch was nachgießen? Nachgießen? Tee? Wir haben ja frischen Tee gemacht. Das klappst du dir zusammen. Ja, gut. Gut. Klasse. Warum klappst du dir das zusammen? Damit du dir die Hände nicht so dreckig machst. Das machst du aber selber. Das habe ich dir nicht gesagt. Ja, gut. Das ist schön. Der Tee ist lecker, ne? Möchtest du noch mehr Tee? Ja, der ist gut. Nein. Ja, ja. Darf ich den? Lass mal los. Nicht da anfassen. So, ich habe einen leckeren Tee gekauft, ne? Noch mehr. So, ja. Danke. 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 Oh. So. Der ist lecker, ne? Die Tasse da ist nicht dran. Schwer. Die ist schwer, ne? Was ist da drin? Nein, das ist Keramik. Das ist Keramik. Das ist Keramik. Das ist eine Keramiktasse. Die ist besonders schwer, ja. Total schwer. Ja, hatte ich nur gekauft, weil da so ein schönes Katzengesicht drauf ist. Ja, ist aber guten Appetit heute, ne? Boah. Anderthalb Scheiben, ne? Anderthalb Scheiben Brot. Das ist gut. Mhm. Und jetzt die Hände. Ja. Hast du die jetzt eingelegt? Gut. Der Tee. Der ist lecker, ne? Das hier ist eine andere Sorte dabei. Ist die lecker? Schmeckt anders. Ist die lecker? Ja? Ist die lecker, die Sorte? Da ist eine andere Sorte als vorher. Mit einem anderen Geschmack. Aber du hast den Mund voll, deswegen kannst du nicht reden. Jo. Sorry. Gut. Du musst das auch reden. Ja, ich trinke auch gleich. Ich weiß. Ich trinke auch gleich. Hm? Jo. Schmeckt etwas anders, ne? Der Tee, ne? Auch gut. Süß. Süß, ja. Süßstoff ist da ein bisschen drin. Ja. Du bist doch eine Süße. Na, brauchst du doch was Süßes. Na, musst du lachen. Ja. Na gut. Ja, ich trinke jetzt auch Tee. Ja. Ja, ich trinke jetzt sowes. Ja, ich trinke jetzt. Ja.